So, Soldaten, Panzerfaustsoldaten, Patriot, Sirene. Äh, okay. Besiege die Sirene, bevor du den Zeppelin zerstörst. Auf jeden Fall Sirene. Hosensprühe der Haut, Nahkampfangriffe machen, Ziele kurzzeitig verwundbar. Naja. Naja. Das muss nicht sein, ne? So. Jetzt überlege ich gerade, was wir mitnehmen. Ich glaube, Salvengeschütz. Standarddings hier, Schrotflinte. Für Salvengeschütz haben wir doch bestimmt noch ein Upgrade. Äh. Magazinverlössung zum Beispiel. Und. Weiß nicht. Haben wir noch ne Liederbeliebung? Haben wir noch, ja. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Naja. Scheiß drauf. Sirene. YOLO. Hallo Sirene. Machst schon wieder so schöne Geräusche. Jut. Wo seid ihr denn? Ah, da ist ein Gegner. Da oben? Da oben? Hä? Vorsicht, Raketen! Da, auf dem Lüftschiff. Okay. Ich würde sagen, wie machen wir hier? Oh, hallo. Guten Tag. Wir machen wieder Skyland Action hier. Fly away. Bam, bam, bam. Fly away. Bam, bam. Fly away. Bam, bam. Fly away. Yeah, yeah. Hallo? Hallo? Fly away. Bam, bam. Fly away. Feigling. You're off the skyline. I'm flying away. And I don't care. Who's shooting at me. Cause I'm flying away. Yeah, yeah. I'm flying away. Okay. Okay, langsam wird's langweilig. Äh. Nein, ich schwebe hier. Eine Ehrenrunde geht noch. Eine Ehrenrunde ist vorbei. So, okay. Hallo? Hey. Ich hab Vorfahrt. Alter. Nichts. Alter. Ja, danke. Wow. Ich bin hier. Hallo? Wow. Bin ich grad mit einem netten Kollegen hier unterhalten, weißt du? Und du störst einfach unsere, unsere Unterhaltung. Ja, nicht bitte sagen hier. Das war's für dich. So. Okay. 2% Leben. Was machen wir? Heute stirbst du. Wir springen auf die Skyline. Dann hier runter. Neben uns die Gesundheit Packs. Und sind wieder voll mit Gesundheit. Ist nicht toll? So, ein verbleibender Gegner noch. Pasche. So. Wow. Ich bin vorne, glaub ich, direkt in seine Raketen gesprungen. Kann das sein? Wow. Alter. Was macht ein Booker hier für eine Riesenjump-Aktion? Hallo? Wah! Wah! Äh. Okay, ich muss wieder... Weg. Hilfe? Ist da noch was drinne? Ja, danke. Äh, Elizabeth, okay. Gut. Äh. Alter, der Kämpfer hat schon auf die Eier da oben. Was ist er denn da? Ah, hab ihn getroffen. Das du... Alter. Boah. Jungen, warum haben wir hier so ein Stress hier? Alter. Ja, es wär... Gut. Hey. Gucken auch Kinder zu. Also hoffentlich nicht. Wah! Es gibt ja jetzt bei YouTube übrigens die Option, dass man so ein Video ist mit einer Altersbeschränkung versehen lässt. Ähm. Das kann man jetzt machen, weil das allerdings... Äh, also rechtlich ist es in Deutschland sinnlos, weil es ist so eine Grauzone. Aber... Moment, jetzt müssen wir erstmal um den Kerl da oben kümmern, das geht ja gar nicht. Haben wir hier noch ein Gesundheitspaket? Natürlich nicht. Alter. Wie viele Raketen hat der denn Typ eigentlich? Kann der irgendwie zwei gleichzeitig abschießen, oder was? Aua, 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 aua. Bleibt mir ja ganz entspannt, Junge. Alter. Bin hier wie im Bunker. Voller. Da oben steht da. Ach nee, so das Luftschiff feuert auch noch. Wollt man nur sagen. Ja, genau da oben sind natürlich Medizin-Kids bei dem. Noch ein Grund mehr da oben hoch zu gehen. Problem ist irgendwie, ich hätte nicht nachladen zu müssen. Zumindest, glaube ich, der lädt ja richtig schnell nach. Oh, das ist schlecht Luftschiff, Alter. Ich kann dem gar keinen Schaden machen, soweit ich weiß. Also, soweit ich es... sehen kann. Oder kann ich? Nee, ich kann es nicht runterschießen. Alter. Ja, voilà. Boah, Junge. Leck mich doch im Arsch. Boah. Voll unter Beschuss hier. Damit kannst du nicht mal sterben gehen. Heute stirbst du. Vor allem, der kann hier übelst denn durchschießen auch. Ich weiß nicht, ob es Schleichen was hilft, wenn ich mich da durchschleiche so. Ja, natürlich durch die Wand Schaden kriege. Ja, ist klar. Das ist so unrealistisch. Ich komme da gar nicht mehr hin. Ohne, dass ich sterbe. Ja, danke. Du zerstörst meinen... Hier kommt hier... Einer von euch hat eine Banane. So gut. Ich habe es mit dem Leben beteiligt. Ah, ich sage es wirklich, ich will hier verlieren. Ich habe gar nichts dazu bekommen. Hat sich ja gelohnt hier. Na komm schon. Gib mir... Den... Nein, ich will andere so in Richtung. Okay. Sagst du nur Wörter nicht. Hätte ich schon mal gewarnt. Habe ich da überhaupt dran? Ja, komm nicht. Holy moly, holy moly. Nein. Ohne. Huppa Leichnung. Halt die Fresse, ey. Diesmal klick ich nicht darauf, aber jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen, oder? Geht denn ab? Drei für bei mir, ne Gegner, okay. Woah. Okay. Ich, äh... bin hier nur so am Rumspringen. springen. Äh... Äh... Womit du alle verarschen hier. Woah, hallo. Schreib ich mal nicht so, Junge. Alter, kommt hier drauf, ähm, um die Ecke. So, ich warte jetzt einfach hier. Unsere Sache ist gerecht. Oh ja. Warte, guck ich mich jetzt mal schnell aufs Dings zu schwingen. Ah fuck, ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Ich hab's verpasst. Okay, hier sind wir schon mal. Woah. Okay, wir sollten hier rausgehen. Komm schon. Moment, ihr kriegt erstmal ein Schöckchen hier. Oh, Alter. Was ist auch... Jawoll. Mann, steht ja dahinter, oder wat? Lass deinen Propheten nicht noch einmal im Stich. Enttäusche ihn nicht wieder. Jaja. Wenn man hier auch direkt geschossen wird, ey. Das ist so behindert einfach, ne? So, aber jetzt hab ich nur noch einen verbleibenden Gegner. Auch geil. Und der ist da hinten, okay. Okay, der ist da hinten. Das heißt, theoretisch bräuchte ich eigentlich ne... Hab ich ja, Panzerfaust, okay. Oh. Ich lieg da. Schrottflinte, okay. Okay, wir haben noch ein paar Raketen. Das ist gar nicht so schlecht. So, ich glaub, der sieht mich irgendwie nicht hier. Ich glaub, der kann nicht auf mich schießen, kann das sein? Nee, der kann nicht auf mich schießen. Okay. Dann machen wir das Ganze so. Schön cheaten hier. Zack. So. Vielleicht hab ich's ja sogar noch rüber. Oho. Ja, jetzt hab ich doch... Hä? Super, Achtung! Vielen Dank! Null verbleibende Gegner. Was wollt ihr denn jetzt hier noch? Oh, die ist ja auch noch. Stimmt ja. Oh, shit. So war das ja. Stimmt. Oh nein. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ja. Viel dazu. Oh Mann, ey. Das ist so kacke im Kopf. Einfach nur. Viel verbleibende Gegner. Oh, mal geil. Ich bin doch an den Stress. Geilein hier. Boah. Ich fährt langsam sauer. Dieses Spiel, ey. Ich stehe jetzt hier haben sie ziemlich verkackt, muss ich sagen. Ja, du willst hier auch irgendwie den... Fett weg. Du auch, ich weiß. Ne, danke. So was stehe ich nicht so ganz. Irgenderm Schuss. Oh, wo sind die denn jetzt bitte eigentlich hier? Da. Okay, Moment. Dame. Du. Bitch, Alter. Ich weiß auch nicht, welche Salz gegen die hilft, ey. Ja, jetzt wird sie hier wieder scheiß Kerle gehen. Ja, gleich tot wieder, ne? Richtig geil. Diebe Sirenen, sagst du? Ah, jetzt kommt der Spiel wieder an die Ecke, ey. Die ist behindert. Ich weiß halt auch nicht, was gegen sie hilft. Die ist, die ist, die ist, die ist, die ist, die ist. Oh, jetzt kommen die durch und die scheiß Raketen. Hier bleibt Avery sitzen. Hm. 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 So, Fräulein. Immun. Okay. Irgendwann bist du da nicht unmun. Ich gebe Feuer vielleicht. Ja, alles. Ja, komm. Ja, richtig geil, sagst du. Lass deinen Propheten nicht noch einmal im Stich. Enttäusche ihn nicht wieder. Hab keine Lust mehr, Leute, ey. Gegen diese blöde Sirene hast du doch keine Chance. Wie spät ist denn das eigentlich? Okay. Ja. 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 Ich unterbreche erstmal die Aufnahme. Ich hab grad hier was umgekippt. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Es ist alles wieder trocken hier. Danke an Jonas Börner. Dank seiner Nachricht hab ich hier erstmal das Glas umgeschmissen. Zum Glück ist nichts in die Steckdosen gekommen. Ist aber auch egal. Jetzt machen wir mal weiter hier. Gegen die tolle, bezaubernde Dame hier. Ja. Okay. Äh, viel verwöhnen die Gegner. Okay. Ja. Wir gehen für die Blumen. Zum Empfang. Wo ist die Olle? Da ist sie. Danke. Ach, nur noch sie, oder wat? Den Dorn. Ja, gerne. Ja, gleich bleibt tot. So. Ich glaube, das bringt nichts. So, ich glaube, wir machen jetzt folgende Taktik. Wir schicken hier mal einen Gruß rein. Äh. Ich bleib jetzt einfach auf das Skyline die ganze Zeit. Oh, die Olle ist da drin. Okay. Oh. Hallo. Okay. Der hat nichts getroffen. Schade eigentlich. Ah, das ist doch gut. Wow. Ich vermisse mich schon. Okay. Wo ist der Typ, der auch gerade auf das Skyline war eigentlich? Oh, hier ist er. Hallo. Tschüss. Wo? Hä? Lolz. Hä? Bin ich jetzt gestorben? Oh, kein. Oh, nun? Okay. Okay.